Jo Leute, herzlich willkommen zu der zweiten Story von Pferdesuche. Viel Spaß bei der Pferdesuche. Tschüss! Hey Sonic und Dancer. Wir haben ja letztes Mal herausgefunden, dass irgendwie es komisch war, ne? Und deswegen, weil heute werden wir ja die Pferde gewechselt und wir bleiben ja immer drauf stehen, können wir ja gucken, ob auch noch die anderen Pferde fragen. Ja, das ist eine gute Idee. Komm, wir warten. So, alle Pferde sind jetzt von der Wiese. Jetzt kommen die neuen. So, die neuen Pferde sind da. Okay, ich fange an zu fragen. Ich gehe zum ersten Pferd. Oh, hi. Ich habe deinen Namen vergessen. Wie heißt du nochmal? Ich heiße Brownie. Oh, das ist ja ein schöner Name. Ich heiße Pünktchen. Oh, hallo Pünktchen. Findest du irgendwie, heute und gestern war ein komischer Tag? Ne, ich bin gestern auf dem Turnier gewesen und bin da gesprungen. Ich bin heute irgendwie ganz ruhig. Okay, danke für die Antwort. Manche antworten auch gar nicht. Pünktchen ist auch, also ich finde, dass heute ein ganz entspannter Tag ist. Okay, jetzt gehe ich los. Pünktchen ist auch, also ich finde, dass heute ein komischer Tag ist. Hey. Hey. Was, was möchtest du? Ähm, findest du gestern und heute ist irgendwie ein komischer Tag? Und halt, gestern halt war auch ein komischer Tag, finden wir. Ähm, ne, ich finde es eigentlich ganz ruhig. Also, ja. Ganz ruhig ist es heute. Okay, tschüss. Er hat auch gesagt, dass alles heute ruhig ist. Okay, jetzt gehe ich. Ihr wisst ja, wie ich verliebt bin. Dahin gehe ich jetzt kurz. Hallo, Lucy. Hi, Sonic. Was möchtest du? Findest du auch gestern und heute ist ein komischer Tag? Hm, ja, irgendwie schon. Willst du uns helfen, die Pferde zu fragen? Okay. Ja, mit wem machst du das? Mit den beiden Ponys noch. Komm. Lucy hilft uns auch noch mit. Ja, ich bin auch dabei. Ich finde heute ist auch irgendwie komisch. Denn niemand spricht mich an. Außer halt ihr. Ich gehe mal zu jemanden. Hey. Hi. Hi, Lucy. Findest du heute und gestern war ein komischer Tag? Hm, es geht eigentlich. Ich entspann mich. Du entspannst dich jeden Tag. Lucy, gib jetzt nicht an. Ja, ist okay. Er hat auch nichts gesagt. Er entspannt sich heute auch nur. Voll komisch, was die Pferde sagen. Jetzt gehe ich einmal. Hey, findest du heute ist auch irgendwie ein komischer Tag? Ach, was hast du gesagt? Ich bin sehr verschläfert. Ich ruhe mich aus und schlafe ein bisschen. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Äh. Grey schläft heute nur. Gestern war es wohl für ihn richtig anstrengend. Hm. Wir wissen ja jetzt auch nicht mehr, wen wir fragen sollen, ne? Ja, finde ich auch. Ich auch. Ich auch. So Leute, das war es jetzt erstmal mit der zweiten Story. Und am Ende kommt auch noch, also bei der letzten Story kommt auch noch der Name raus. Also, wieso das Pferdesuche heißt. Seid gespannt. Ciao. 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 Ciao.